Am Erfurter Domplatz befindet sich heute die Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße. Ein Ort der Erinnerung an Unterdrückung und Widerstand in der SED-Diktatur und ein Ort der Befreiung. Von 1952 bis 1989 betreibt das Ministerium für Staatssicherheit, der Geheimdienst der DDR, hier eine Untersuchungshaftanstalt für politische Häftlinge. In dieser Zeit werden insgesamt 5000 Menschen inhaftiert. Zeitgleich ist in dem 1887 erbauten Gebäude auch die Volkspolizei untergebracht. Es ist das einzige Gefängnis in der DDR, in dem sich die Volkspolizei im Erdgeschoss und das Ministerium für Staatssicherheit in den oberen beiden Etagen ein Haus teilen. Die Ausstellung wird am 4. Dezember 2013 eröffnet, 24 Jahre nach der Besetzung der Untersuchungshaft. Im zweiten Obergeschoss sind die aus politischen Gründen inhaftierten Männer untergebracht. Zur Zellenöffnung muss der Schließer zunächst mehrere Riegel bedienen, bevor er die Zellentür aufschließen kann. Brillen und Rasierer dürfen sich nur zeitweise in den Zellen befinden. Zur Aufbewahrung dieser Utensilien dient ein Holzkästchen vor jeder Zellentür. Hier gibt es außerdem einen Lichtschalter. Innerhalb der Zelle kann das Licht nicht kontrolliert werden. In dem Gang sind zudem sogenannte Bananenstecker, durch welche ein Schließer bei Problemen andere Schließer alarmieren kann. Am vorderen Teil des Gangs befindet sich ein Ampelsystem. Springt die Ampel auf rot, muss der politische Häftling auf der markierten Stelle am Ausgang stehen bleiben, bis sie wieder grün leuchtet. Ein- bis zweimal täglich führen die Schließer die politisch Inhaftierten durch diesen Gang, zu einer Vernehmung oder in den Freihof. Diese Zelle ist den Zellen aus den 80er Jahren nachempfunden. Sie ist mit drei Doppelstockbetten ausgestattet. Tagsüber dürfen sich die politischen Häftlinge nicht auf ihren Matratzen aufhalten. Sitzen dürfen sie auf Hockern oder auf der Toilette. Teilweise befinden sich Hängeschränke in den Zellen, die Platz für Plastikgeschirr bieten. Zur Beschäftigung in den Zellen gibt es alle 14 Tage ein Buch für jeden Zellinsassen. Anstatt eines Fensters gibt es zwei Reihen von Glasbausteinen, die wenig Licht und Luft durchlassen. Die politischen Häftlinge müssen Trainingsanzüge anstelle ihrer eigenen Kleidung tragen. Diese Isolationszelle gibt es seit den 70er Jahren. Die Hausordnung sieht vor, dass politische Häftlinge, die sich den Anweisungen des Wachpersonals widersetzen oder nervlich labil scheinen, in die Isolationszelle einzuweisen sind. In dieser schalldichten Zelle, die zusätzlich von außen durch die Schließer verdunkelt werden kann, können die Gefangenen bis zu 14 Tage untergebracht werden. Ein Gitter trennt zudem den politischen Häftling von der Toilette, wodurch der freie Zugang verwehrt wird. Von politischen Häftlingen wird die Zelle, die gleichzeitig zur Dunkel als auch isolierhaft genutzt wird, auch als Tigerkäfig oder Bunker bezeichnet. Der Sanitärraum mit den Duschen ist am Ende des Gangs in der zweiten Etage. Einmal wöchentlich haben die politischen Häftlinge 10 bis 15 Minuten Zeit, um duschen zu gehen. Dafür werden sie zellenweise in den Duschraum geführt. Dieser wird von außen abgeschlossen. Nur im Duschraum gibt es ein normales Fenster, welches einen Blick auf den Freihof ermöglicht. Der Freihof besteht aus hohen Wänden und Sicherheitstreten. Darüber befinden sich Laufgänge für das bewaffnete Wachpersonal der Staatssicherheit. Heute existiert dieser Freihof jedoch so nicht mehr. Er ist nur nachempfunden. In der Regel halten sich die politischen Häftlinge hier täglich etwa eine halbe Stunde auf. Sie werden zellenweise herausgeführt. Bei jedem Schließvorgang muss der politische Häftling die Arme an der Seite halten und den Blick auf die Wand richten. Wird das Sprechverbot missachtet, kann die Freihofszeit vorzeitig beendet werden. Schließvorgang muss der politische Häftlinge hier in den letzten Jahrhundern. Vielen Dank.